Hallo und herzlich Willkommen bei... Wie heißen wir gleich? Was? DDG Gaming Ich glaub das war mal nochmal Hallo und herzlich Willkommen Bei DDG Gaming Ja, wir haben jetzt Man glaubt es kaum, ja 100 Subscriber 100 Also es gibt wirklich 100 Leute die Bullshit anschauen Das ist schon krass Damit hab ich nicht gerechnet Für einen überragenden Erfolg Du... Hype Hype Ja, genau Und in diesem Sinne, haben wir uns getroffen Nur für euch Und zocken Mal ein bisschen wirklich zusammen in einem Raum Und trinken Gib mal mein Bier Fauna sagt Welches war deins das leere, ne? Haha Nice Zum Wohle Gleichzeitig danke Für den bisherigen Support Und dass ihr unseren Channel abonniert habt Finden wir ziemlich geil Und wir werden auch in naher Zukunft Eigentlich genauso weitermachen Nur noch besser Noch immer, immer besser Wer's mitbekommen hat Ich hab seit kurzem auch ein besseres Mikro Also... Endlich War echt mal Zeit Absolut Und... Ich würd sagen, hier geht's los, oder? Ja, hau mal rein Kommt mal Jana hier Ja, die darf nämlich auch mitspielen Ja, wir haben uns gedacht Wir nehmen nochmal jemanden dazu Sie hat uns leider nicht überbenachten lassen Oh mein Gott Hilfe Gott Wollen wir Jana mal noch vorstellen, oder so? Ja, Jana ist auch da Wer ist denn das? Ich bin einfach Jana Jana ist einfach Jana Ich kann das nicht Alex Alex Joa, auf jeden Fall Wir spielen jetzt erstmal ne Runde Towerfall Dann Speedrunners Aber je nachdem wer gewinnt oder verliert Keine Ahnung Ob wir das machen Schauen wir halt mal Alex muss dann einfach ne Flasche Pipapo exsen Ja genau Die ex die Flasche absinnt Du, du, du Du bist die Flasche absinnt Los Okay, komm Okay Welche Farbe bin ich? Äh, Lila Ah, da Mein Bier ist im Weg Scheiße Du Wichser Mann Ich weiß grad Ich weiß grad einfach mal gar nicht wo ich bin Ich auch nicht Ich auch nicht Ich weiß wo ich bin Ich weiß wo ich bin Nein! Ich hab Lukas gewonnen Jana hat gewonnen Bitches Jana gewinnt gar nicht Das war wie du musst sagen Du brauchst Kills Ja Das ist das Ding Ja Ich hab zwei Kills Ich hab zwei Kills Ich bin nämlich gekommen Wieso hab ich zwei Kills Ich weiß nicht wo ich zwei Kills hab Weib aber noch Oh du f*** dich! Das war voll unfair. Eigentlich hatte ich dich schon, aber du hast es voll Glück. Alter, Jana zieht uns an, was du hier hast. Ich hab vor allem das getan, als könnte ich... Ah ja, ich hab unten das mit dem passiver Glück frei. Äh, wieso führt Jana jetzt? Wir sind ja zwei Leute, die mit Tilt war. K.S. Oh, ist halt wirklich nice. Was? Wie kommst du da hin? Aber Jana hat Kills gekriegt als heute. Ja, aber so stark. Alter. Oh ja, die sind richtig hoch gegangen. Das war krass. Ich muss noch mal erst gucken, wer ich jetzt bin. Und wo und warum. Boah, das war knapp. Ich weiß. Schau dir's auf. Weee. Ah, da. Oh, schade. Jetzt hab ich Bubble. Jetzt bin ich OP-Indus. Ja, OP-Indus. Ihr seid beide OP-Indus. Nimm das schon. Also der hat mehr Pfeile als ich. Nein! Ich wollte ja nicht durchdutschen. Das war richtig krass. Du Wichser. Der war schon nice. Ja, du Wichser. Das war echt okay. Ja, Gott. Der hat nicht... Musst du nicht einmal, ob er gehört hat, wo ich bin oder nicht. Egal ich für... Ich hab schon gesehen. Ich hab genau auf dich geschaut. Du bist. Was? Doch. Alles. Oh. Oh. Ganz nicht mal. Johohohoho. Du hattest keine Pfeile mehr. Alex, das war bei dir aber auch echt los. Ja, ich so. Ohohoho. Und ich dachte so, hä? Hä? Oh, ich war so voll. Ich wusste gar nichts. Alex kippt mal wieder. Typisch. Ja. Oh. Hab ich jetzt den Kill gekriegt oder nicht? Keine Ahnung. Das ging alles viel zu Spaß. Ach, kommt der einfach von da gerannt? Nein. Ja, genau. Nein. Nein, 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 nein. Ich will auch so'n One-Shot-Cheat-Error. Ah, ja, ja, ja. Das ist kein One-Shot-Cheat-Error. Das ist Skill. Ja, das muss ich auch sagen. Ja. Ja. Jetzt geht hier schon meine Wüse raus. Warte, Frank. Alles getotcht. 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 Bad Grammar. Oh, nicht schlecht. Ah, fuck. Ich musste Lukas dodgen. Das war unfair. Oh. Da haben sie mich gerade mies gesniped. Nein. Fabi. Uuuuh. Wie du noch durchgefallen bist. Dumm, wenn man keine Pfeile mehr hat. Bup. Bip, bup, bup. Bip, bämp. Okay. Was? Wir haben uns gegenseitig umgebracht bevor überhaupt jemand explodiert ist. Also, Mann. Danke. Ich wollte die dir nicht geben. Zu viel. Zu viel. Oh. Oh. Scheiße. Aber Jana hat so gut gespielt. Und dann stehst du einfach so rum so. Ja, was soll passieren? Echt ausgedrückt. Ähm. Alter, wer hat jetzt da drauf gedrückt? Was ist da los? Was ist da los? Okay, jetzt hat es das GIF. Toll. Nice. Keine Ahnung. Irgendwas halt. Tja. Doch. Alex ist mehr dran zu gewinnen. Das gefällt mir nicht. Ach komm. Wo ist überhaupt meine Leiche? Ach, jetzt hab ich meine Scheiße. Doch. Die Assi! Die Assi! Was ist das eigentlich? Weil ich ja vorher da unten war. Ich hab Dings gesehen links. Ich hab Dings gesehen links. Ja. Jeder... Also entscheiden wir, dass ich dieses Spiel dominiert habe. Dafür kriegst du jetzt von allem eine Schelle. Nein! Ja doch! Ja doch! Wie kleine Kinder. Die Kawaii Cat! So, ich hab's. Okay? Der rück dich. X! X! O aber Gott. Der rück dich, er dachte. RANDOM! Ja genau. RANDOM. Haha! Ohohoh nice, gute random! Ha ihr Kackbuns! Wir sind es gerade gar nicht mehr gewöhnt dass ich, ne dass ich Dings... ...weiß ich gar nicht was ich mehr anwenden kann. Oh fuck ... Greppel in your anus. OhhhohoH! Alter! Counter-Greppel! Dämmer Böse! Ich kann das doch nicht. Jana kann nur gewinnen, wenn es nicht dazu kommt, oh shit, dass sie Wall-Runs machen lassen. Ja genau, so verhält sich der Sachverhalt. Ja genau. Aber wenigstens bin ich vorne. Das wird schießen. Was? Warum willst du eigentlich unbedingt der Pinke sein? Weil, weiß nicht, weil der Fabulous ist. Ich bin so unglaublich Fabulous. Dass er mal ein PewDiePie gemacht hat. Nein! Ich finde ihn tatsächlich cool. Ah, scheiße. Wen? Dummer Dummer Spast! Oh, ich hab's hart verkackt. Ihr mögt euch, oder? Absolut. Die machen so viel zu viel Scheiß zusammen. Ich wollte eigentlich nur dich erwischen, aber das hat nicht so gut funktioniert. Was? Mich hat's gerade einfach nur an der Kante... Ja! Hast du jetzt gerade gesehen? Ich habe einfach nur an der Kante senkrecht auf einmal runtergefallen bin. Shit. Was mache ich hier eigentlich? Scheiße. Tja, die Kante ist nur deine Schwäche. Oh. Scheiße. Wer ist denn eigentlich der Totenschädel? Wer ist das? Was? Der Totenschädel? Das ist Fabi. Fabi? Der Kackgong. Das heißt, Fabi wird jetzt gleich von mir... Getaunted? Oh! Oh! Oder nicht? Soll ich... Okay, okay. Ich mach jetzt... Also wenn ich jetzt in der Runde gewinnen soll, der perfekter Sieg, darf ich nur mit taunen. Okay, das ist... Das war jetzt... Challenge. Ich weiß gar nicht, wie man taunt hat. Ich glaube, ich weiß es noch. Bin mir aber gerade nicht sicher. Ich brauch erst einen größeren Vorsprung. Oh, fuck. Scheißlacker. Scheißlacker. Ich hab schon gesehen, dass du das eingesammelt hast, du Spacki. Nein! Fuck it. Deswegen mag ich den kurzen Weg da gar nicht. Ups. Ich bin gerade ernsthaft. Du bist Peter. Ja. Ich mach mit. Ja, genau. Nein. 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 Oh, nee, nee. Alex, nee, nee. Schmini, nee, nee. Der Lukas ist zu gut, ey. Oh! Das ist richtig kacke. Oh! Ja, aber du musst du hören, ne? Oh, das war Schiff. Das war richtig Schiff. Ja, noch. Noch? Das heißt leider hier nur noch nicht wirklich viel. Okay, da ist irgendwie daneben. Oh, fuck it. Ja, das war dumm. Danke für die Information. Bitte. Kann ich gern nochmal sagen. Was war denn? Bitte. Wir bitten davon. Scheiße. Langweilig. Fuck you. Sag mal was. Nein. Der ist ja noch getroffen. Alter. Scheiße. Der hat den nach vorne gepusht sogar noch. Und der hat noch einen fucking grapple. Oh nein. Ich bin hassel. Tja. Tja. Könnte auch nett sein und nach hinten grapplen. Ja, was soll ich machen? Es ging nicht. Es ging nicht. Es ging nicht. Ich wollte, ja? Ich wollte. Was auch immer. Wir wissen was. Oh nein. Oh nein. Die Map kenne ich sogar, glaube ich. Oh fuck. Oh fuck. Das ist das Schwierige an dem Spiel hier. Das musst du halt rausfinden. Ah ja genau. Da gibt es diese. Oh das ist so assi die Stelle. Nein. Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe doch das Spiel nicht. Fuck you Alex. Nein. Scheiße. Ich glaube das ist los. Das war die Bombe. Scheiße. Oh fuck it. Jetzt bin ich tot. Bitches. Ah der Lukas. Well played. So ein dummer Idiot. Fuck. So dumm. So verkackt würde ich mal sagen. Nee. Echt nicht. Ach scheiße. Echt nicht. Echt nicht. Ach scheiße. So ein dummer Idiot. Nein. Ah ja ist klar ne. Ich kann das einfach nicht. Nein. Oh Mann. Was. 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 Maxi muss ich jetzt. Was. 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 Und ich konnte nicht grappeln. Weil du dummer Idiot. Dann irgendwie. Ja. Beschissen hast. Das war. Nicht wirklich fair. Oh da liegt noch. Von Alex liegt da. Alter. Hat der einfach nochmal einen. Das ist so unglaublich. Alex. Dich. Nein. Fabi bitte. Bitte. Bring ihn um. Oh nein. Fabi schnell. Beeil dich. Fabi. Du kannst es schon schaffen. Fabi komm. Fabi. 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 Nein. Fabi. Du hast. Du hast. Ja ist klar. Beruhig dich. Beruhig dich. Beruhig dich. Next round. Ready? Fight. Nochmal. Wieso ist das jetzt die selbe Map? Ja ist random. Oh fuck. Super. Warst du klar dass du es auf mich setzt? Oh oh. Ne natürlich Alex. Was erwartest du denn? Ach komm. Grappelt mal den Lukas im richtigen Moment bitte. Ne ist nicht. Nein. Hättest du machen müssen kurz bevor er springen muss. Das wäre am besten gewesen. Scheiße komm. Und Fabi hat noch seinen Speed. Fabi hat noch seinen Speed. Fabi benutzt mal deinen Speed. Oh scheiße. Ich hasse die Stelle. Die hassen alle. Ich nicht. Ich hasse dich. Ich dich auch Fabi. Ich dich auch. Ja. 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 Nein. Jedes fucking Mal. Ich find die Stelle so einfach. Ich weiß nicht was ihr habt. Weil ich es immer verkack. Warum hab ich eigentlich so richtig. Riesen Grapple. Weil du riesen Arschloch bist. Aber nice. Fabi hat's dir gezeigt ey. Ja. Ich hab das erste Mal irgendwas geschafft. Heute Abend. Na auch komm. Ich wollte nur nicht. Ja. Ich erwischt es da jedes Mal. Ey. Wie kommt man denn. Einfach so. Oder doch. Was. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Es ist immer diese Stelle wo der dumme Idiot gewinnt. Also wie gesagt. Ich find die einfach einfach links gegen die Wand. Dann weg. Weg springen. Und dann. Kein Problem. Doppelsprung. Das ist total easy. Kein Problem. Ich bring ihn einfach vorher um. Oh. Und dann gewinne ich. Ja. Das schaffst du wahrscheinlich jetzt. Ne. Ne. Dann kommt der Grapple. Oh. Wie gemein. Ja ist klar. Aber es sind beide eins. Du scheiß Wichser. Alter. Diesmal. Diesmal richtig richtig gut. Genau so wie es geplant war. Guck einfach nach links. Fuck. Und dann nur im Doppelsprung weiter. Am besten mit Speedboost. Gleich. Ja ganz einfach. Na komm. Das war der schöne. Was. Ich hab dich mit dem Stein erwischt. Alter. Wenn wir jetzt Best of Three machen. Hab ich gewonnen. Ja du. Es ist es es. Es ist es es. Ey Lukas wird jetzt auch gebatcht. Jetzt. Alalalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaala Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020